Servus Caro, vielen Dank, dass du uns BingX gezeigt hast. Ist mega. Schau dir mal bitte die Copy Trade an. Bay Kirk Mann und Lazada. Werde ich mir mal anschauen. Wir werden 90% unseres Budgets langfristig investieren. Mindestens 3-4 Jahre. Und vielleicht die 10%, die wir uns aufbehalten, die werden wir vielleicht in sowas wie BingX reintun oder selber auch ein bisschen traden vielleicht, dass wir uns da ein bisschen auch noch versuchen. Aber auf keinste Art und Weise werden wir den Großteil unseres Budgets dort reintun. Niemals. Darum würden wir euch auch empfehlen, wenn ihr ein bestimmtes Sümmchen habt, wo ihr sagt, hey, diese Summe möchte ich gerne langfristig investieren und ich habe da noch ein kleines bisschen was und würde das gerne einfach mal so ein passives Einkommen Ding staken oder so Copy Trade. Ja, hey, dann kann man das mit dieser kleinen Menge dann machen. Hallo Caro, wie viel X meinst du, dass XRP machen könnte in den nächsten 36 Monaten? Keine Ahnung und so solltest du dir den Markt auch nicht angucken, mein Lieber. Was in den nächsten 36 Monaten passiert, das weiß niemand. Also in den nächsten 3 Jahren. Das ist keine Ahnung. Was ich persönlich glaube ist, dass Folgendes passieren wird. Und es haben ja einige auch gesagt gehabt, hey, seit 2019 glaube ich wurden keine XRPs mehr vom Escrow an Exchanges rausgegeben. Es gibt diesen Ansatz, dass einige sagen, pass mal auf, es wird Folgendes passieren. Es wird zu Settlement kommen zwischen XRP, Ripple und der SEC und die werden wahrscheinlich eine Strafe zahlen für die Verkäufe, die sie vorher getätigt haben, weil es als Security-Verkäufe gezählt werden kann oder angesehen werden kann. Danach wird Ripple nur noch erlaubt werden, an On-Demand-Liquidity-Betreiber zu verkaufen und das wird wahrscheinlich Ripple auch nicht großartig stören, wenn das so sein sollte. Und wenn der Pump dann kommen sollte, wenn der Pump dann kommen sollte, XRP auf 7 oder 10 Dollar geht, werden die meisten Retail-Investoren raus sein. Die, die jetzt die ganze Zeit schreien, ich warte, bis es auf 100 oder 1000 geht, glaubt es mir, die werden rausgehen. Bei 7 bis 10 Dollar werden alle rausgehen. Und dann wird es nur noch einen ganz, ganz kleinen Teil von Menschen geben, die ihre XRPs halten. Moin wird einer davon sein. 10.000 XRPs werde ich einfach nicht verkaufen. Werde ich einfach nicht verkaufen, weil ich glaube daran, dass das Ding irgendwann sowas von übel durch die Decke gehen wird. Und wann wird das passieren? Wenn diese 70 oder wenn die Retail-Investoren diesen Pump auf 7 bis 10 Dollar komplett verkaufen werden, dann werden Retailer, dann werden Institutionelle das komplett wegkaufen. Die werden das komplett wegkaufen. Und dann wird es nur noch eine Handvoll beziehungsweise ganz, ganz wenige Retail-Halter von XRP geben. Und ich denke, erst danach, wenn die meisten Retail-Investoren rausgeschwemmt worden sind aus diesem Markt und wir dann von 7 bis 10 Dollar runtergefallen sind auf 1 Dollar wieder, auf unter 1 Dollar, wo die meisten komplett die Hoffnung verlieren werden, dass XRP der letzte Müll ist und die letzten Retailer im Minus verkaufen werden, erst danach. Erst danach, glaube ich, werden wir astronomisch hohe Zahlen bei XRP sehen. Und dann werden die einzelnen kleinen Retailer, die noch da sind, die ihre XRPs noch halten, Unmengen von Geld machen. Unmengen von Geld machen. Das ist das, worauf ich spekuliere. Ob es so kommen wird, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber ich glaube, das ist ein Szenario, was extrem stark danach aussieht. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwabo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.